Jetzt beruhigen wir uns alle, um für die Landesregierung Herrn Staatsminister Beuth zuzuhören. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Rudolph hat gerade gefragt, ob wir den Kommunen nicht helfen wollen. Ich sage Ihnen, die Hessische Landesregierung hilft den Kommunen bereits, und zwar ziemlich erfolgreich. Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Ein Investitionsprogramm nach dem anderen, meine Damen und Herren. Wir haben dafür gemeinsam gesorgt, dass die kommunalen Haushalte – ich komme gleich darauf zurück – in einem großen, großen Umfang ausgeglichen sind. Jetzt sorgen wir noch dafür, dass die Altdefizite und die Kassenkredite abgelöst werden. Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein Grund, dass wir uns ein Stück weit dafür feiern dürfen, dass wir den Kommunen ernsthaft geholfen haben, ihre kommunalen Haushalte in den Griff zu bekommen. Das ist eine großartige Leistung dieser Landesregierung. Die lassen wir uns von Ihnen auch nicht kleinreden. Wenn Sie das im Zusammenhang mit den kommunalen Straßenbeiträgen fragen, wie wir den Kommunen helfen wollen, Herr Kollege Rudolph, dann sagen wir, ja, wir wollen ihnen gerne helfen, aber es muss dann am Ende auch funktionieren. Sind eigentlich die Kommunen im Fokus derjenigen, die sich im Moment über die Straßenbeiträge beklagen, oder sind es nicht die Bürgerinnen und Bürger? Wollen die nicht geholfen bekommen? Daran kann man schon sehen, dass es so ganz einfach, ganz offensichtlich nicht ist. Nein, Herr Kollege Hahn, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die eigene Popularität ist das Thema Straßenbeiträge wirklich nicht geeignet. Es ist wirklich nicht geeignet. Sie werden am Ende, egal wie wir, zu welchem Ergebnis wir kommen, es wird am Ende immer noch welche geben, die mit der Lösung, so gut wir sie gefunden haben mögen, nicht zufrieden sein werden, und zwar entweder bei den Bürgerinnen und Bürgern oder bei den Kommunen oder bei den kommunalen Spitzenverbänden, oder am Ende sind wir selbst diejenigen, die sagen, na ja, das geht jetzt doch ein bisschen stark zu unseren Lasten. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der FDP, ich kann das sozusagen nachvollziehen, was Sie dort vorhaben, aber es löst natürlich kein einziges der Probleme, selbst nicht einmal kein einziges der Probleme, die Sie selbst angesprochen haben, Herr Kollege Hahn. Wenn Sie von der Oma Lena sprechen, die in Wetzlar 20.000 oder wie viel auch immer an Straßenbeiträgen bezahlen muss, dann wird es für diesen Sonderfall überhaupt keine Lösung geben. Keine Lösung wird es dafür geben. Deswegen sage ich Ihnen, Ihr Gesetzentwurf löst an einer Stelle ein Problem, vielleicht ein bisschen, das müssen wir mit den kommunalen Spitzenverbänden noch einmal ausloten. Aber das Problem, dass es besondere Härten gibt, werden wir mit einer Kannbestimmung im Kommunalen Abgabegesetz nicht gelöst bekommen, Herr Kollege Hahn. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Was ist denn mit denen? Die werden am Ende als unzufriedene dastehen, weil sie sich gekniffen fühlen, dass wir jetzt das Gesetz in irgendeiner Form ändern, sie aber noch in einem großen Umfang Beiträge bezahlt haben. Ja, und dann lassen Sie mich einen letzten Punkt in dem Zusammenhang noch sagen. Kollege Rudolph hat gesagt, das ist keine kommunale Freude mit den Straßenbeiträgen. Ja, das stimmt. Das ist keine kommunale Freude. Aber kommunale Selbstverantwortung beinhaltet eben auch das Wörtchen Verantwortung. Es ist eine große Verantwortung, die eben auch kommunale Mandatsträger tragen und die sie in vielen Fällen auch in der Vergangenheit getragen haben. Meine Damen und Herren, wir haben eine Größenordnung, um die es geht. Da will ich mich mit Ihnen, Herr Kollege Rudolph, gar nicht streiten. Ich glaube, diese 80 Millionen €, die Sie da jetzt einmal angelegt haben, liegen ungefähr in der Größenordnung. Aber es sind natürlich jährliche Beiträge, die am Ende dort im Feuer stehen. Rund 80 Millionen € sind auch für das Land Hessen kein Pappenstiel. Vielleicht ist das in Bayern sozusagen ganz einfach lösbar, aber 80 Millionen € bei uns sind eine Größenordnung, über die wir nicht so ohne Weiteres hinweggehen können, selbst wenn wir jetzt schon wüssten, wie wir sie korrekt einsetzen können. Das bleibt ja immerhin noch offen. Ich will Ihnen sagen, die Straßenbaubeiträge folgen am Ende einem Grundsatz, den wir in unserem Recht haben, dass die Abgabengerechtigkeit, das ist der Grundsatz der Abgabengerechtigkeit, wonach eben die Steuererhebung nachrangig ist. Das heißt, wenn ich entsprechende Abgaben genau zuordnen kann, wie ich das bei Wasser und Abwasser mache, dann habe ich eben über die Kommunen Beiträge zu erhöhen oder Gebühren zu erheben. Erst nachrangig, wenn es um die allgemeine Finanzierung der Daseinsvorsorge geht, kommt die Frage der Steuererhebung zum Zuge. Wenn wir uns darum kümmern, wie wir mit den Straßenbaubeiträgen umgehen, was ist denn mit den Erschließungsbeiträgen? Wir haben jetzt in den Städten und Gemeinden selbstverständlich, dort wo neue Grundstücke ausgewiesen werden, werden die Anlieger natürlich zu Erschließungsbeiträgen herangezogen. Im Grunde genommen sind Straßenbaubeiträge die zweiten Erschließungsbeiträge. Ich finde, dass man da zumindest einmal darüber nachdenken muss, weil das eine hängt mit dem anderen zusammen. Da kann man nicht einmal so machen und sagen, weg damit. Man nimmt den Kommunen eben eine erhebliche Finanzierungsmöglichkeit an beiden Stellen. Meine Damen und Herren, die Straßenanrainer, also die Grundstücke, die an einer Straße liegen, haben entsprechende Rechte an dieser Straße. Wir haben ein Recht auf Anliegergebrauch. Es kann sein, dass damit eine Verantwortung einhergeht, die sich in der Frage der Beitragszahlung vielleicht in Zukunft noch weiterhin abbilden muss. Meine Damen und Herren, ich komme auf den Punkt mit den Haushaltsdefiziten. Herr Kollege Schaus hat vorhin gesagt, dass der Finanzplanungserlass dafür gesorgt hat, dass wir die Kommunen darauf verpflichtet haben, ihre Haushalte auszugleichen und, wenn sie das nicht können, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, greift in die kommunale Selbstverwaltung nur so weit ein, wie es unserer Aufsichtspflicht entspricht, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Kommunen an Recht und Gesetz halten. Das haben wir in den vergangenen Jahren nicht immer nur zur Freude der Kommunen gemacht, das weiß ich, nicht immer nur zur Freude von kommunalen Parlamentariern. Aber es ist uns doch über die Zeit gelungen, in der gemeinsamen Anstrengung, dass wir im Jahr 2014 von 35 % der kommunalen Haushalte in Hessen, die noch im Ausgleich waren, jetzt zu einer Quote von weit über 90 %. Das ist doch eine gemeinsame Leistung, die die Kommunen geschafft haben, weil sie sich um ihre Ausgaben gekümmert haben, um ihre Einnahmen gekümmert haben und weil wir mit unseren Programmen dafür gesorgt haben, dass die Kommunen genau in diese Lage versetzt worden sind. Meine Damen und Herren, diese Leistung, die dort erbracht worden ist, kann man doch nicht beiseitelegen. Das ist ein schöner Erfolg, der uns gemeinsam gelungen ist. Aber es ist natürlich nur gelungen, weil die Aufsicht darauf Wert gelegt hat, dass die geltenden Regeln, dass das Recht auch eingehalten wird. Danach ist § 92 der Hessischen Gemeindeordnung derjenige, der heranzuziehen ist. Meine Damen und Herren, ich finde, das Beispiel Rüsselsheim ist nicht korrekt. Das Beispiel Rüsselsheim kann man nicht heranziehen, Herr Kollege Hahn. Rüsselsheim ist keine Stadt in Hessen, die im Jahr 2018 aller Voraussicht nach einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen wird. Sie werden, das ist die Koalition, die sich damals auch schon gegen den Kabinettskollegen gewendet hat, die im Moment einen Haushalt plant, der im Jahr 2018 mit 14,1 Millionen € Defizit abschließt. Ich finde, dass die Aufsicht daran nicht vorbeigehen kann, sondern wir müssen die Kommune darauf hinweisen, dass sie Recht und Gesetz, nämlich § 92 der Gemeindeordnung, einhalten muss. Wir müssen dann auch Regeln vorgeben, wie sie das kann. Deswegen bleibe ich dabei, dass das Beispiel Rüsselsheim nicht korrekt ist. Meine Damen und Herren, Sie sehen an den vielen Punkten, die ich hier nur kurz angesprochen habe, dass das Problem ein bisschen tiefer geht. Da ist es ein bisschen facettenreicher, als es in den zwei Gesetzentwürfen hier darliegt. Was mich besonders wundert bei der Abschaffung der Straßenbeiträge, hier ist eben das Thema Kompensation. Wenn die Kommunen am Ende eine andere Finanzierungsform für unsere Straßen nehmen, dann würden sie auf die Grundsteuern gehen müssen. Dann würden sie die Grundsteuern erhöhen müssen. Das heißt, wir haben eine Verteilungsfunktion. Wenn wir die Möglichkeit wegnehmen würden, wenn die Straßenbeiträge nicht erhoben werden, dass diejenigen, die im Moment dafür verantwortlich sind, nämlich die Grundstückseigentümer, von denen man davon ausgehen kann, dass sie zumindest ein bisschen finanzkräftiger sind als andere, nehmen wir die Verpflichtung weg. Überlassen Sie der Allgemeinheit denen, die die Grundsteuer bezahlen, d. h. vom Grundstückseigentümer auf den Mieter. Ich weiß gar nicht, wie Sie – das ist nicht meine Aufgabe – Sozialdemokraten und DIE LINKE mit Ihrer allgemeinen Politik überhaupt vereinbaren können eine solche Wirkung, die Sie damit erzielen, wenn Sie Straßenausbaubeiträge einfach wegnehmen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Beuth, ich erinnere an die Redezeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Ich habe die unterschiedlichen Interessen nur kurz andeuten können. Bei den Gemeindeninteressen und bei der Kostenbeteiligung von Anliegerstraßen gibt es natürlich auch eine entsprechende Korrektur, ein Korrektiv, was die Ansprüche an solche Straßen angeht, wenn die anliegenden Bürgerinnen und Bürger dort mitbezahlen müssen. Wir haben natürlich die Situation, wenn wir einmal auf die Bürgerinnen und Bürger schauen, dass sie eine möglichst geringe Kostenbeteiligung haben wollen, dass sie damit auch dämpfend auf die entsprechenden städtischen Vorhaben mitwirken. Meine Damen und Herren, am Ende ist es wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass es nicht zu einer Situation kommt, dass andere im Landeshaushalt einfach nur Straßenausbau bestellen und wir dann aus dem Landeshaushalt das bezahlen. Ich finde, all diese Punkte muss man klug miteinander abwägen. Ich finde es richtig, und das werden wir tun, mit den Kommunalen Spitzenverbänden das Gespräch zu suchen. Ich habe es am Anfang gesagt, um seine eigene Popularität zu steigern, ist dieses Thema, glaube ich, für den ganz schnellen Angriff nicht geeignet. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Danke, Herr Staatsminister. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Innenminister, es geht um Bürgerinnen und Bürger. Es geht um die Handlungsfähigkeit der Städte, Gemeinden und der Verantwortlichen. Genau darum geht es. Sie gehören nämlich beide zusammen. Sie als Innenminister haben jahrelang zugesehen, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise 6 Milliarden € Kassenkredite anhäufen mussten. Was haben Sie denn da als Finanzaufsicht? Sie müssen doch gegensteuern, wenn sich eine solche Entwicklung entwickelt. 6 Milliarden € Kassenkredite sind doch nicht entstanden, weil die Kommunalpolitiker vor Ort das Geld reinweisen, weil sie zum Fenster herauskriegen, weil sie ihre Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen konnten. Das ist doch der Punkt. Dann hören wir hier auf der anderen Seite solche Sprüche. Ungetrübt von Sachverstand lässt sich auf dieser Seite gut ballieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber auch das ist keine neue Erkenntnis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land Hessen hat im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2013 5 Milliarden € mehr an Einnahmen. Sie haben die Hessenkasse verkündet. Sie sollten mit 6 Milliarden € aufgelegt sein. Jetzt sind es auf einmal 5 Milliarden €. Sie könnten sagen, Sie haben eine Milliarde € Finanzspielraum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie jonglieren doch einmal mit den Zahlen, gerade wie es in den Kram passt. Was heißt das? Der Innenminister sagt, wir müssen da irgendwie etwas machen. Herr Innenminister, was müssen wir denn machen? Die Kommunen, die ohnehin schon defizitäre Haushalte haben oder problematische Haushalte wie Rüsselsheim, potenzieren sich doch die Finanzierungsprobleme. Wie wollen die denn das ausgleichen? Straßenbeitragsatzung. Rüsselsheim hat einen Grundsteuerbesatz von 800 Prozentpunkten, Kürzungen etwa bei Vereinsbeiträgen und Zuschüssen. Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass wir immer mehr Kommunen Rüsselsheim, Offenbach und andere weiter so darben lassen. Die Straßen brauchen finanzielle Unterstützung zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben. Das ist doch die Botschaft. Wie sollen wir denn dem normalen Bürger – das ist eine komplexe Materie – Straßenbeitragsatz. Auch die Ermittlungen, die Abgrenzung ist durchaus nicht unproblematisch. Sie ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Wenn Sie an übergeordneten Straßen liegen – Kreisstraße, Bundeslandesstraße –, muss der Anlieger nichts bezahlen. Aber an einer Gemeindestraße müssen Sie zahlen. Da fahren auch Leute durch, die eben nicht in der Gemeindestraße wohnen. Das können Sie normalen Bürgern auch nicht erklären. Das ist schon ein Stück weit ungerecht. Wir müssen schauen, weil die Kosten exorbitant nach oben gehen. Wie können wir das auffangen? Wir müssen einen Ausgleich herbeiführen. Daran führt kein Weg vorbei. Für die sozialdemokratische Fraktion ist klar, dass es natürlich eine Verantwortung des Landes gibt. Nach der Verfassung des Landes ist das Land für die Finanzen der Städte und Gemeinden zuständig. Die Kommunen haben doch selbst ein Interesse, dass sie das auch mitsteuern können. Aber ohne Ausweitung des Finanzrahmens wird das nicht funktionieren. Jetzt nehmen wir den Ministerpräsidenten beim Wort. Irgendeine Lösung werden wir finden. Das ist ein bisschen unkonkret. Es gibt zwei Gesetzentwürfe. Man kann Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen stellen. Aber Sie gehen beide in die richtige Richtung. Meine Damen und Herren, wir wollen keine Zwangsbeiträge bei Straßensanierungen. Das ist die Hauptbotschaft. Jetzt könnte ich Ihnen auch vor Ort viele CDU-Stadtverordnete nennen, die das genauso sehen. Deren Sachverstand endet er nicht an der Grenze von Rüsselsheim. Das Problem ist, dass dieser Sachverstand in Wiesbaden bei der CDU-Fraktion nicht ankommt. Das ist doch der Unterschied. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist natürlich ehrlich. Herr Kollege Müller, Sie sind ja selbst kommunalpolitisch tätig, Herr Kollege Müller. Wenn ehrenamtlich Tätige eine Zwangsanweisung der Kommunalaufsicht bekommen, in der Regel bei Kommunen, die defizitär sind, über das Regierungspräsidium. Wissen Sie, was sollen denn Feierabendpolitiker machen? Die haben doch gar keine Alternative. Ich finde, mit Ihrer Art von Politik macht man auch Ehrenamt auf kommunaler Ebene kaputt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN in der CDU-Fraktion. Jetzt gibt es zwei Gesetzentwürfe, die beide in die richtige Richtung gehen. Wenn wir gemeinsam eine Lösung hinkriegen, haben alle Bürgerinnen und Bürger etwas, und wir entlasten auch kommunale Politiker und Hauptamtliche. Denn die müssen das ausbaden, was in Wiesbaden beschlossen wird, Handlungsbedarf, und zwar jetzt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Danke, Herr Rudolph. – Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus gemeldet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir führen eine interessante Diskussion. Ich finde, wir führen auch eine wichtige Diskussion, die eigentlich überfällig ist. Wir haben unseren Gesetzentwurf hier auch deshalb eingebracht, weil der Gesetzentwurf der FDP auf der Basis dessen, wir verschlimpeln einmal etwas da, dann nehmen wir wieder etwas zurück, nie an den Grundsatz herangegangen ist, müssen eigentlich Straßenbeiträge von Anliegern gezahlt werden oder nicht. Dieses Thema jetzt hier in den Landtag einzubringen, ist unsere Verantwortung, und dazu stehen wir auch. Wir sagen, nein, es muss nicht sein, dass Straßenbeiträge von den Anliegern gezahlt werden müssen. Wir wollen diese Grundsatzdebatte durchaus an dieser Stelle haben. Da merke ich in der Debatte, Herr Minister, die CDU und die GRÜNEN haben es kalt erwischt. Sie haben in den letzten zwei, drei Jahren nicht hingehört. Sie sind überrascht worden. Der Ministerpräsident ist in Linden überrascht worden. Beim Neujahrsempfang mit den roten Karten. Jetzt dämmert Ihnen erstmals, und zwar nur aufgrund der Debatte und der vorliegenden Gesetzentwürfe, dass Sie hier ins Hintertreffen geraten. Insofern stellen wir diese Grundsatzfrage so, wie sie auch in Bayern diskutiert wird. Ich will einmal etwas zu den Kosten sagen. Zunächst wird uns unterstellt, dass wir für eine Grundsteuererhöhung sind. Mit keinem Wort habe ich gesagt, dass wir für eine Grundsteuererhöhung sind. In der Tat, da würde ich Ihnen zustimmen. Das wäre letztendlich eine Verlagerung von den Hauseigentümern auf die Mieter. Das Land soll es bezahlen, Herr Boddenberg. Das Land, so wie es in Hamburg, so wie es in Berlin, so wie es in Baden-Württemberg und in Bayern demnächst auch gemacht wird. Warum nicht auch in Hessen? Über die Höhe dieser Beiträge kann niemand derzeit eine konkrete Summe nennen. Da sind Zahlen im Raum. Ich sage Ihnen einmal, in Berlin wurden 620.000 € zurückgezogen. Das ist keine Riesensumme. In Hamburg geht aus der Presseerklärung hervor. Sie haben Ende November 2016 das abgeschafft, übrigens mit den Stimmen aller Fraktionen in Hamburg, dass sie gesagt haben, wir haben im Durchschnitt nur 184.000 € eingenommen. In Bayern diskutiert man über 60 Millionen €, die das ausmacht. Ja, das sind zwei Stadtstaaten, das ist sicherlich anders. Aber in Bayern, Herr Boddenberg, hören Sie doch einfach einmal zu, und brüllen Sie dauernd dazwischen. In ganz Bayern diskutiert man über 60 Millionen €, die das ausmacht. Ich weiß also nicht, wo die 80 Millionen € herkommen sollen. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht widerlegen, sage ich einmal. Ich gehe davon aus, wenn die Bayern das richtig gerechnet haben, dann reden wir um eine wesentlich geringere Summe, um die es hier in Hessen tatsächlich geht. Ich sage einmal, Pima Daum orientiert an Bayern vielleicht 25 Millionen €, vielleicht 30 Millionen € im Jahr in Hessen. Das kann das Land schultern, selbstverständlich. Das soll das Land schultern über den Kommunalen Finanzausgleich. Das ist ein Ansatz. Ich kann mir auch Programme vorstellen, in denen Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung entsprechende Grundsanierungen anmelden, die dann entsprechend bezuschusst werden. Warum denn nicht? Das hebelt weder die kommunale Selbstverwaltung aus, im Gegenteil, sondern das führt nur dazu, dass auch tatsächlich Straßen grundsätzlich erneuert werden. Wir haben hier ein Problem, und das wissen Sie alle miteinander. Dann schauen Sie sich einmal die Straßen in den Einzelorten an. Gucken Sie sich einmal die Straßen an, Herr Reif. Welche Straßen auch immer das sind, was Landesstraße, was örtliche Straße ist, kann ich Ihnen im Übrigen gar nicht sagen. Das wissen die Bürger selbst auch nicht. Gehen Sie einmal nach Wetzlar-Münschholzhausen. Die Straße, wo es Beitragserhebungen gibt, ist eine Durchgangsstraße. Die Straße wird bestenfalls von 5 % von den Anwohnern genutzt und von 95 % nicht. Dann können Sie doch niemandem erklären, wieso die sozusagen 25 % zur Sanierung beitragen sollen. Solche Ungereimtheiten gibt es noch und nöcher. Noch und nöcher sage ich Ihnen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Schaus. Es wird Zeit, dass wir an diese grundsätzliche Frage herangehen. Ich finde, in Eschborn haben die Bürgerinnen und Bürger genauso das Recht, dass ihre Straßen saniert werden wie in Rüsselsheim. Das kann nur das Land sicherstellen. Danke, Herr Schaus. – Für die FDP-Fraktion hat sich nochmals Herr Hahn gemeldet. Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich auch – das hat man schon im ersten Redebeitrag gemerkt – bei dem Thema nicht wirklich so emotionalisieren, wie das gerade andere Kollegen getan haben. Ich habe das Gefühl – und in diesem Punkt bin ich sogar mit dem Innenminister Peter Beuth einer Meinung –, man muss an das Thema herangehen und muss es seriös bearbeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Gretchenfrage hat der VGH entschieden. Die Gemeinde Schlitz hat vorgelegt, dass Herr Bielefeld, dem wir gerade gedacht haben, in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts Bürgermeister gewesen ist. Die Stadt Schlitz hat dem VGH vorgelegt, darf das Land Hessen eine Straßenbeitragssatzungspflicht einführen, ja oder nein? Der VGH hat eindeutig geantwortet, dass das Land Hessen darf. Also, die Diskussion zu führen, wie auch hier manche versucht haben, – nein, das hat mit Gesetzesänderungen nichts zu tun. – Ach, Herr Staus, ich habe keine Lust mehr, um 18.37 Uhr im kleinen Semester Staatsrecht mit Ihnen zu unterhalten. Die nächste Frage ist, wie ich jetzt damit umgehe. Da will ich erst einmal sagen, lieber Herr Innenminister, Sie können mir noch so häufig vorwerfen, dass der Gesetzentwurf nichts bringen würde. Es ist schlicht falsch. Das Beispiel von den 20.000 bis 30.000 € kann ja nur eine Einmalzahlung sein. Bei Wiederkehrenden geht das nicht, rein logisch nicht. Nach dem Gesetz, das ich mitbestimmt habe, kann man Einmalzahlungen wieder zurückzahlen. Also, ich könnte theoretisch als Kommune das Problem lösen, indem ich die 20.000, nehmen wir jetzt einmal an Oma Lena, wieder zurückzahle. Diese Auskunft von Ihnen, lieber Herr Innenminister, war leider – ich sage es jetzt höflich und diplomatisch – nicht richtig. Dritte Bemerkung. Tun Sie doch bitte nicht so von den Regierungsfraktionen und auch von der Landesregierung, als wenn der Gesetzentwurf, den meine Fraktion vorgelegt hat, unseriös sei. Ich höre immer so, das muss man einmal seriös erarbeiten. Gerade auch Frau Gottbach hat das hier in einer Vehemenz vorgetragen. Was unterstellen Sie uns eigentlich? Was unterstellen Sie eigentlich Ihren Parteifreunden und den Parteifreunden der Union und meinen Parteifreunden Schleswig-Holstein? Sind das alles Dummbolzen? Müssen erst Sie kommen, um eine seriöse Arbeit zu organisieren? Ich finde den Stil einfach nicht korrekt. Ich finde den Stil nicht korrekt, wie man miteinander umgeht, was man so tut. Also, ihr habt da mal was? Nein. Aber wir nehmen das Angebot gerne an. Das ist meine vierte Bemerkung. Wir nehmen das Angebot gerne an, was der Innenminister und die beiden Sprecher, Herr Bauer und Herr Goldbach, für die Regierungsfraktionen gesagt haben. Dann diskutieren wir es. Und zwar ohne diese Vorwürfe, es gibt Blöde und Halblöde, sondern einfach einmal ganz seriös. Dann diskutieren wir doch dieses Thema. Da werden Sie merken, dass Sie Lösungsvorschläge brauchen. Ich wette hier einen hohen Einsatz, ich sage immer im Spaß, eine schuldenfreie Immobilie im Rhein-Main-Gebiet. Sie werden etwas tun. Sie werden nicht dem Gesetzentwurf der FDP 1 zu 1 zustimmen. Das geht aus Ihrer Philosophie heraus nicht, obwohl das in Schleswig-Holstein gemeinsam gemacht wird. Aber Sie werden einen Weg finden, dass Sie, ähnlich wie wir, argumentierend sagen, die Kommune muss entscheiden können, ob sie es macht oder ob sie es jetzt nicht macht. Eine letzte Bemerkung. Ich habe das eben dreimal gehört, dass man sich über die Frage streitet, wie hoch die Ausgaben sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es vorhin versucht, diplomatisch zu ummanteln. Ich kann es auch ein bisschen brutaler sagen. Wer von Ihnen hat denn in den letzten Wochen und Monaten nicht mit einem oder einem anderen Bürgermeister gesprochen, egal welcher Hautfarbe und insbesondere egal, welcher Parteibuchfarbe? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die sagen Ihnen doch alle, wir machen derzeit fast keine Grundsanierung, weil wir Schiss hervorhaben, die Abrechnung an den Bürgerinnen und Bürgern vorzulegen. Das nennt man Investitionshemmnis. Genau aus diesem Grunde heraus, weil wir dachten, das kann man so lösen, haben meine Fraktion und auch ich vor fünf oder sechs Jahren dem Gesetzentwurf zugestimmt. Nur der Zug ist abgefahren. Wer Grundsanierungen haben will, der muss den Kommunen die Möglichkeit geben, es auch anders zu finanzieren. Dann gibt es Kommunen, die das selbst können, und dann gibt es Kommunen, die das nicht selbst können. Jetzt haben Sie selbst das ein oder andere Finanzierungsprogramm vorgelegt. Herr Gott, noch einmal, wieso kann man denn da nicht auch noch dazunehmen, die grundhafte Sanierung von Straßen? Herr Hahn, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich komme, Herr Präsident, zum Schluss. Wir werden morgen darüber diskutieren. Deshalb rufe ich das schon mit einer großen Freude immer wieder ein. Hessenkasse, schauen Sie sich einmal Ihre eigenen Folien, die von Thomas Schäfer insbesondere an, von was für Beträgen man daraus gegangen ist. In der Stellungnahme des Städtetages, muss ich einmal aufpassen, ist von einer Überfinanzierung von 1,35 Milliarden € derzeit die Rede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da können wir sogar noch mehr als 70 Millionen € in die Grundsanierung von Kommunalspraßen hereinfinanzieren. Vielen herzlichen Dank für die Debatte heute und für die Debatten im Ausschuss. Danke, Herr Hahn. – Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer nochmals gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Hahn, wer Schiss hat, auf kommunaler Ebene auch einmal eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, der ist nach meiner Auffassung der Kommunalpolitik fehl am Platz. Als Kommunalpolitiker kann man nicht nur gute Entscheidungen treffen, von denen man beim Bäcker, beim Metzger gelobt wird. Man muss auch einmal den Mut haben, entsprechende Gebührendinge zu machen. Meine Damen und Herren, wir haben die Situation, dass Sie nicht wahrgenommen haben, dass es keine Zwangsbeiträge gibt. Ich habe in meinem Redebeitrag versucht, deutlich zu machen, dass wir drei Wege haben. Die Einmalbeiträge, die Wiederkirrenbeiträge. Und jetzt schon sind 94 % der Kommunen in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die müssen, wenn sie das dauerhaft aufweisen können, keine Gebühren für Straßenbeiträge erheben. Das ist ein Faktum. Wer hat denn die Kommunen dazu in die Lage versetzt? Meine Damen und Herren, das war diese Landesregierung. Wir haben mit einem Entschuldungsprogramm über den Schutzschirm 3 Milliarden € ausgeschüttet, um die 100 stärksten verschuldeten Kommunen zu entschulden. Wir haben 1 Milliarde € ausgeschüttet an Kippmittel für Investitionen. Wir werden jetzt bis zu 6 Milliarden € ausschütten, um die Kassenkredite zu entschulden. Machen wir das einmal deutlich am Beispiel von Rüsselsheim. Angeblich kann Rüsselsheim die entsprechende Infrastruktur nicht alleine finanzieren. Wer hat in Rüsselsheim massiv geholfen? Das war diese Landesregierung. 129 Millionen € über den Schutzschirm. 129 Millionen Altschulden wurden in Rüsselsheim abgenommen. Die Hessenkasse bietet an, 280 Millionen € Kassenkredite, die Rüsselsheim abwegzunehmen. Da muss man noch erwarten können, dass die Kommunen vor Ort in der Lage ist, nachdem die Altschulden weg sind, die Finanzausstattung so zu gestalten, dass die Kosten und Aufwendungen vor Ort auch getragen werden können. Das ist nach Adam Riese das Mindeste, was man verlangen kann, von Kommunalpolitikern Land auf Land ab und auch in Rüsselsheim. Wenn ich einmal deutlich machen kann, was das für ein Problem angeblich sein soll. Wir haben 426 Kommunen, jetzt durch die Fusion, glaube ich, nur noch 422. Davon haben 389 eine Straßenbeitragssatzung. Ich glaube, hier sagen zu dürfen, dass Kommunen, die keine Straßenbeitragssatzung haben, keine Einmalbeiträge eingeführt haben, sondern alle wieder keine Straßenbeiträge eingeführt haben. Das heißt, wir haben 30 neue Kommunen, die dieses neue System eingeführt haben. Die anderen sind alle beim alten System geblieben. Warum denn? Weil es so schrecklich ist, weil es so ungerecht ist, weil es sich nicht durchsetzen lässt, weil es nicht praktikabel ist. Meine Damen und Herren, 389 Kommunen und 365 davon arbeiten mit einem System, das durchaus praktikabel ist. Alle, die das System für nicht gerecht erachten, sondern wiederkehrende Straßenbeiträge einführen möchten, können das tun. Der Weg ist weit offen. Es gibt Mustersatzungen, man kann das überall praktizieren. Dann kann man auch davon Abstand nehmen, die Bürger mit Gebühren zu belasten, die bis an die fünfstelligen Beträge können. Niemand muss in Hessen 30.000 € Straßenbeiträge zahlen. Es ist in der Hand der Stadtverordneten und Gemeindevertreter eine Satzung zu erlassen, wo die Beträge deutlich günstiger sind. Wir haben dafür gesorgt, dass es hunderter Beträge sein können, durch die entsprechende Definition von Abrechnungsgebieten nach Ortsteilen. Das kann man, wenn man Mut hat und die entsprechende Entscheidung trifft, vor Ort einführen. Jede Kommune ist in der Lage, die Bürger zu entlasten. Das sind drei Wege, die da sind. Es gibt jetzt schon ein Höchstmaß an kommunaler Selbstverwaltung. Meine Damen und Herren, das ist mein letzter Gedanke, dass die Kommunen finanziell in der Lage sind, in die Zukunft ohne alte Schulden zu gehen. Wenn sie in die Zukunft gehen, dann müssen sie auch dafür Sorge tragen, dass keine neuen Schulden entstehen. Deshalb kann man nicht sagen, im Himmel ist Jahrmarkt, wir machen neue Straßensanierungen, bezahlen sie uns die anderen. Das kann nicht sein, denn das ist kommunales Eigentum. Die Straßen stehen in der Bewertung der Bilanz einer jeden Kommune. Die Kommunen haben auch die Verantwortung dafür, ihr Eigentum zu erhalten und wertmäßig zu schützen und zu steigern. Das ist eine Verpflichtung der Kommunen. Das Land kann dazu gerne eine Hilfestellung geben. Aber die Verantwortung für kommunales Eigentum haben die Städte und Gemeinde selbst. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Deshalb sage ich einmal ganz deutlich zum Schluss, dass wir jetzt schon Möglichkeiten haben, diese überbordenden Beiträge durch Einmalbeiträge zu heilen. Das kann man jetzt schon vor Ort entscheiden, durch wiederkehrende Straßenbeiträge. Wenn eine Kommune dauerhaft im Guthaben ist, muss sie keine Beiträge erheben. Dementsprechend können wir die Spitzen jetzt schon abfedern. Aber ich habe für unsere Fraktion deutlich gemacht, wir werden die Sache im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren ernsthaft prüfen. Denn wir sehen das Problem, dass die Menschen eine Lösung erwarten. Wir werden diese Lösung liefern, aber eine rechtssichere Lösung. Das habe ich angekündigt. Ich glaube, wir werden auch Wort halten. Danke, Herr Bauer. Wir sind am Ende der ersten Lesung dieser beiden Gesetzentwürfe angelangt und überweisen Sie beide zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss und mitberatend in den Haushaltsausschuss. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende des heutigen Beratungstages. So, wie wir uns nicht gleich im Erdgeschoss beim Parlamentarischen Abend des Hessischen Rundfunks sehen, sehen wir uns morgen früh um 9 Uhr in gewohnter Frische. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.